Ja, die Idee hattest du ja vor über 30 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, einfach mit Clownery, den Menschen, denen es nicht so gut geht, die krank sind, im Spital liegen, die vielleicht auch arm sind, in Armut leben, da ein Stück Hoffnung zu geben. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie kam es dazu und wie hat sich das entwickelt? Also ich würde sagen, das Schicksal hat mir dieses Projekt auf den Schoß gesetzt. Ich habe nicht danach gefragt. Ich darf mir nicht einbilden, dass ich etwas erfunden habe oder in die Welt gegangen ist, ich will etwas ganz Tolles machen, sondern das Leben hat mich danach gefragt.